Ich möchte auch den Patienten als ersten Tage ins Neues gehen, in dem Moment, in dem sie da sind. Ich bin der Meinung, dass man ausser in Notfällen nichts von der Patient wissen soll, keine Unterlagen anrufen, so dass man sich einfach hin kann, eine Art fast unterordnen. Ich möchte noch sagen, ich weiss, dass ich nichts weiss von euch zu wissen. Mir zu geben ist auf eurer Seite, in der ihr einfach die Zeit, die ihr braucht. Erst wenn das Interview abgeschlossen ist und der Patient sich getrennt hat von mir, dann schaue ich die Unterlagen an. Und hier ist ja präzise, immer noch eine Gefahr. Wenn man etwas soll ist, ist es sehr groß, dass man sich ungefähr in eine falsche Richtung hören kann.